Herzlich Willkommen wieder zu einem neuen MotoVlog heute. Und heute mal wieder mit einem richtig geilen, schönen Wetter. 20 Grad. Wind geht gar nicht oder kaum. Einfach nur schön und geil. Schön und geil in einem. Geil. So. Und zwar wegen dem 100 Abonnenten Special. Das werde ich diese Woche mal machen. Und zwar weil jemand geschrieben hat, ich soll mit dem Moped Weiber aufreißen. Ich dachte mir okay. Kann man machen. Seienfalls 100 Abonnenten. Einfach wirklich so zum Spaß. Weiber aufreißen. Das 100 Abonnenten Special fahren wir halt in eine kleinere Stadt. Da die größeren Städte alle so weit weg sind von mir. Oder da wo ich halt fahre. Also das wird halt im Laufe dieser Woche mal kommen. Und schon wieder rot. Und schon wieder rot. Fahre ich halt immer hier. Und jedes Mal wenn ich fahre. Und ich sehe es schon wenn ich von hinten komme. Jetzt sehe ich schon von der Ferne das das Licht auf rot geht. Und das Rang schön langsam zu geht. Jedes Mal. Das ist so gewesen als ich immer in die Schule gefahren bin. Oder wenn ich mit Freunden generell unterwegs war. Jedes Mal alter. Genau sowas kotzt mich einfach an. Obwohl was wir jetzt auch machen können. Mal gucken ob hier Mädchen sind. Haha. Johnny der Checker ist schon wieder am Start. Nee Spaß. Ein Mädchen. Ein Mädchen. Ein Mädchen alter. Hätte sich aufpressen voll gelohnt. Warum? Weil ich die Person sowieso kenne. Ich kenne dieses Mädchen. Die ist mir in die Hauptschule gegangen. Oh man alter. Das habe ich mir schon fast gedacht. Da steht ein Polizist. Oh man oh man oh man oh man. Das ist mein Herzschlag wieder auf 200. Und jedes Mal wenn ich ein Polizierauto sehe. Oder ein Polizist auf der Straße. Dann fängt mein Herz an zu rasen. Weil ich ganz genau weiß. Dass mein Moped nicht. Ja nicht. Die vorgeschriebene Geschwindigkeit geht. Ja dann gut. Ich fahre jetzt nur noch ein Jahr mit dem Moped. Und dann Auto und Motorrad. Boom Alter. Dann denke ich wieder war es das heute mit diesem Motorvlog. Mit diesem. Unthemenhaften Motorvlog. Sag ich danke fürs Zusehen. Abonniert mich wenn ihr wollt. Und vergesst nicht. 100 Abonnent space für diese Woche. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Servus. Servus. Bis dann. Bis dann. Bis dann.